Diese komplexe geistige Leistung nennen Pädagogen Handlungskompetenz und betrachten sie als Mutter aller Kompetenzen. Bildlich betrachtet ist Handlungskompetenz ein vierblättriges Kleeblatt, das sich aus dem Fachwissen, der Methodenkenntnis, der Sozialkompetenz und der Persönlichkeitskompetenz zusammensetzt. Welches Wissen kann ich wie anwenden? Welche Methoden kann ich einsetzen? Wie kann ich mich mit anderen verständigen? Wie nehme ich mich selbst bei meiner Aufgabe wahr? Bei jeder neuen Situation am Arbeitsplatz stehen Berufstätige vor der Herausforderung, diese Fragen rasch und richtig zu beantworten. Psychologen sprechen in diesem Zusammenhang auch von Selbstwirksamkeit und bezeichnen damit den Glauben, schwierige Situationen meistern und Veränderungen bewältigen zu können. Somit wirkt sich das Erleben der eigenen Handlungskompetenz nicht nur positiv auf die Leistungsfähigkeit aus, sondern steigert auch das Wohlbefinden und die physische Gesundheit. Selbst wenn die zu bewältigende Aufgabe besonders kompliziert ist und fast als Überforderung empfunden wird, können ausgesprochen glückliche Momente entstehen. Glück ist eine Überwindungsprämie, meint der Organisationspsychologe Wolfgang Kruse. Es ist zutiefst befriedigend zu sehen, was man schaffen kann und welche faszinierenden Perspektiven sich öffnen, wenn man sich allein, oder besser noch gemeinschaftlich, auf das Wagnis des Neuen einlässt. Auch aus der Kognitionsforschung ist bekannt, dass Menschen am besten unter leichtem Stress lernen, also jenseits der Komfortzone des Vertrauten, in der Begegnung mit dem Unbekannten. Ein Mitarbeiter mit noch so prall gefüllten Wissensvorratskammern, der an seinem Arbeitsplatz nur Dienst nach Vorschrift schiebt, macht weder sich selbst noch seine Firma glücklich. Schlimmer noch, er setzt seinen Wissensproviant sogar aufs Spiel, denn wenn dieser nicht ständig genutzt, geteilt und in der Praxis aufgefrischt wird, verfällt seine Haltbarkeit und damit auch sein Wert. Ich bin aber sicher, dass der Mannschaft in der Mannschaft verknützt wird. Und dann können wir zu diesem Wannsfeld-Dann-Dann-Dann.